Nun rufe ich Tagesordnungspunkt 13 auf. Die zweite Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfes der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein zweites Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes. Berichterstatter ist hier der Abg. Frömmrich. Dabei wird aufgerufen, zusammen mit Tagesordnungspunkt 75, dem Dringlichen Antrag der Fraktion der FDP, betreffend zukünftige Einteilung der Wahlkreise. Der Gesetzentwurf hat die Drucksache 19-6530 zu Drucksache 19-64-51. Der Dringliche Antrag hat die Drucksache 19-6567. Die vereinbarte Redezeit beträgt fünf Minuten. Ich bitte den Berichterstatter um den Bericht. Vielen Dank. Frau Präsidentin, die Beschlussempfehlung der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, bei Enthaltung der SPD, der LINKEN und der FDP, dem Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich, für die Berichterstattung. Die Redemeldung liegt mir jetzt vor von dem Kollegen Hahn, FDP. Bitte schön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Geschichte der Arbeit, die rechtlichen Grundlagen für die Landtagswahl am 28. Oktober diesen Jahres verfassungsgemäß vorzubereiten, werden heute hoffentlich beendet. Sie begannen aufseiten der Regierung und der sie tragenden Fraktionen mit der Bemerkung, nachdem Sie festgestellt haben, dass das höchst gefährlich ist, verfassungsrechtlich gefährlich ist, haben Sie bewiesen, die Regierung und die sie tragenden Fraktionen, wir können das aber nicht verfassungsgemäß. Als dann der Staatsgerichtshof darüber verhandelt hat, hat man die in den letzten Tagen, Wochen und Monaten immer verstärkt eine erkennbare Art der Auseinandersetzung gewählt. Dann beschimpfen wir wenigstens den Professor der Gegenseite. Ich habe das jetzt in den Augen der Regierung und der sie tragenden Fraktion etwas polemisch zusammengefasst. Aber es war nicht falsch. Es war nichts daran falsch. Der Innenminister schreibt ein Schreibschreiben, weist auf Probleme hin und sagt, ich will aber nichts ändern. Es war dann die FDP, die darauf hingewiesen hat, dass die Verfassungswidrigkeit nicht auf der Stirn steht. Das haben wir nie behauptet. Aber es ist gefährlich. Wir haben immer darauf hingewiesen, was wäre denn das für ein politischer Flop, wenn die AfD bei 4,9 % liegt, die Wahl anfechtet und dann gesagt wird, weil Sie im Landtag so blöd sind, ein verfassungsmäßiges Gesetz zu machen, muss die Wahl wiederholt werden. So, dann haben Sie etwas vorgelegt. Jetzt kann man immer wieder sagen, das ist die nächste Art der Strategie der Auseinandersetzung, die anderen sind die Blöden. Hier waren es jetzt die Stadt Frankfurt, die die Blöden waren. Dass Sie selbst einmal irgendeinen Fehler machen, gibt es ja nicht. Bei Peter Beuth habe ich es seit heute gelernt, das gibt es überhaupt nicht. Ich erinnere mich so ein bisschen, lieber Peter Beuth, und das nächste Mal habe ich die Rede dabei, wie Ihre Rede als Generalsekretär in diesem Hause bei der letzten Plenarsitzung vor der letzten Landtagswahl, in der Sie als CDU-Generalsekretär die GRÜNEN verprügelt haben. Das hat sich jetzt alles geändert. Ich werde das nächste Mal mit Freude daraus zitieren, damit man deutlich macht, so wirklich haben Sie sich ja nicht geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, Sie beschimpfen jetzt die FDP. Okay, das ist irgendwie für Sie als Typ schlüssig, aber für die Politik unschlüssig. Lieber Herr Bellino, ich kann ja vieles verstehen, aber dass man in einer Sitzung vor dem Staatsgerichtshof und dann auch noch einmal in einer Anhörung im Hessischen Landtag einen Gast beschimpft, das macht man nicht, das ist stillos, leider derzeit auch typisch für Ihr Verhalten. Ich kann lesen, Herr Bellino, ich kann lesen, das Protokoll gibt es, und da steht das drin. Wir haben alle die Regierenden, das ist heute nicht. Sagen Sie einmal, sind Sie eigentlich in der Art, etwas aufnehmen zu wollen, oder können Sie nicht? Ich habe gesagt, ich habe die Protokolle nachgelesen, und da haben Sie sich in beiden Dingen einfach vergriffen. Man greift einen Gast im Innenausschuss des Hessischen Landtags nicht an. Das macht man einfach nicht. Das ist stillos, das ist respektlos. Hören Sie doch auf mit Ihren blöden Kampagnen, die Sie machen. Hören Sie doch einfach damit auf. Jetzt aber ist offensichtlich verfassungsgemäß. Ich bedanke mich auch bei Herrn Prof. Will. Wir haben es nicht gefunden, keiner hat es gefunden, dass zwei Stadtteile in Frankfurt bisher im Landtagswahlgesetz überhaupt nicht berücksichtigt worden sind. Jetzt kann man sagen, der Flughafen ist kein Stadtteil. Alle wissen, das ist falsch. Aber das kann man vielleicht noch sagen. Dass der Frankfurter Berg kein Stadtteil ist, und bisher nicht im Landtagswahlgesetz vorhanden gewesen ist, dürfte eigentlich keiner passieren, und schon einmal gar nicht der Aufsicht im Innenministerium, Herr Minister. Jetzt lassen Sie mich ein Letztes sagen. Meine Redezeit neigt sich dem Ende. Der Wunsch, mit den Menschen draußen vernünftig zu reden, wird immer größer. Wir wollen mit unserem Begleitantrag sicherstellen, dass die Begrenzung, wie weit ein Wahlbezirk bei seinen stimmberechtigten Mitgliedern abweichen, auf 15 % reduziert wird. Wir haben derzeit 25 %. Dagegen wurde verstoßen. Ich weiß, die Stadt Frankfurt war daran schuld, nicht der Innenminister. Aber jedenfalls wurde dagegen verstoßen. Das wird jetzt repariert. Wir hoffen, dass wir mit unserem Antrag und Ihrer Unterstützung der Arbeitsgruppe für die 20. Legislaturperiode schon einmal einen Arbeitsauftrag erteilen, nämlich davon auszugehen, dass 15 % demokratisch gerechtfertigt sind und nicht mehr. – Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. – Als nächster Redner spricht nun Kollege Rudolph von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Heute oder möglicherweise am Donnerstag – das wird man dann sehen – werden wir den Prozess der Wahlkreisreform für diese Wahlperiode beenden. Wir wünschen uns ein anderes Verfahren im Schnellschuss. Kollege Hahn hat recht. Ich hätte mir einmal gewünscht, dass vonseiten der CDU oder der GRÜNEN einmal gesagt wurde, dass das alles wirklich nicht optimal war, und wir hätten das tatsächlich in einem geordneten Verfahren machen müssen. Aber dazu muss man Größe besitzen. Herr Kollege Bellino, ich will Ihnen das jetzt einmal sehr deutlich sagen. Sie haben das wiederholte Mal gemacht, dass Ihnen die Studenten von Prof. Will – das war der Prozess, bevor er mich der SPD leidtun würde. Ich finde, das ist mehr als unangemessen. Sie sollten diese Beleidigungen permanent machen und einmal einstellen. Ich habe kein Problem, wenn Sie sagen, ich halte alles falsch, was er rechtlich vertritt. Damit muss auch ein Jurist leben. Aber diese persönlichen Defamierungen sind mehr als unangebracht. Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN und der LINKEN und der LINKEN und der LINKEN – in der Tat, weil unser Prozessbevollmächtiger einige Sachen herausbekommen hat. Jetzt können Sie sagen, Petitesse, Frankfurter Berg seit 20 Jahren nicht berücksichtigt. Ha, ha, ha. Das darf natürlich nicht passieren. Natürlich liegen Fehler der Stadt Frankfurt vor. Aber der Gesetzgeber sind wir. Das Innenministerium hat natürlich auch eine Überprüfungspflicht. Der Innenminister hat sich ohnehin bei der ganzen Angelegenheit mit Ruhm nicht bekleckert. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, war es erst die Klage der SPD-Fraktion vor dem Staatsgerichtshof, die den Urteilsspruch möglich gemacht hat. Ich erinnere mich noch, bei der Verabschiedung im Dezember… … Sie haben völlig recht, Herr Kollege Hahnem. Ich weiß noch, die Worte des Kollegen Bellino hier im Dezember sei alles rechtmäßig, was wir uns einbilden würden. Schwarz-Grün macht das immer alles richtig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie mussten von den höchsten Richtern auf die Einhaltung Ihrer eigenen Regeln, nämlich der 25-%-Abweichungsquote, hingewiesen werden. Das ist schlimm genug, dass Sie gegen Ihr eigenes Gesetz verstoßen. Also, man sollte schon, wenn man ein rechtsstaatliches Verständnis hat, sich an die eigenen Gesetze halten, dass wir den Staatsgerichtshof bemühen mussten. Das ist eigentlich bedauerlich. Sie waren nicht in der Lage, einen Fehler, der offenkundig war, zu korrigieren. Die Größe und Güte hatten Sie eben nicht. Auch das müssen wir an dem heutigen Tag relativ deutlich feststellen. Nun gibt es einen Wahlvorschlag heute, den Wahlkreis… Mathias Wagner, Sie haben den nächsten Wahlkreis – Ja, und? Was wollen Sie mir damit sagen, Herr Boddenberg? Was wollen Sie mir damit sagen? – Nein, ich habe ja noch 2.18 Minuten. Ich habe ja noch Zeit. – Ja, ich habe Zeit. Sie haben auch ein Theater veranstaltet. Die Änderung sei alles nicht mehr machbar. Das ist alles Quatsch. Sie haben also ein Popanz aufgebaut und alles widerlegt. Der Vorschlag heute ist nicht unumstritten. In der Anhörung wurde deutlich gemacht, dass man den Zuschnitt des Wahlkreises 34 in Frankfurt auch anders machen könnte, Bahnhofstraße, Gutleutviertel. Jetzt gibt es einen Vorschlag, den der Magistrat gemacht hat, der aber nicht bindend ist. Wir sind ja Gesetzgeber. Sie haben ihn natürlich schnell übernommen. Von daher ist das jetzt eine Lösung. Das wird man sehen, ob er akzeptiert wird. Wir werden uns bei dem Thema in der Schlussabstimmung heute oder am Donnerstag auch der Stimme enthalten. Jedenfalls der Prozess… – Wie bitte? – Der Prozess… – Na ja, wissen Sie, ich finde, das ist alles keine Ruhmestat, wie die Wahlkreisreform passiert ist. Da würde Ihnen das Wort Demut eher zumute stehen. Meine Damen und Herren, das war mein Fehler. Das Wort Demut ist kein Wortschatz der CDU. Ich ziehe es hiermit zurück. Zu dem Dringlichen Antrag der FDP. Ich finde, es ist beschlossen worden, immer Sachlage heute in dieser Wahlperiode. Ein neuer Landtag kann etwas anderes beschließen, wie wir wissen, mit anderen Mehrheiten. Wenn eine Wahlkreisreform und eine Wahlkreiskommission eingesetzt wird, sollte man sie jetzt nicht mit Anträgen vorbelasten. Das, was Sie in Ihrem Antrag drinstehen haben, nur noch 15 % Abweichung zuzulassen, war durchaus ein Thema vor der mündlichen Verhandlung. Es war ein Thema in der Anhörung im Innenausschuss. Es gibt Juristen, die sehr harte Linie vertreten. Alles, was über 15 % abweicht, muss korrigiert werden. Ich finde, das müssen wir im nächsten Landtag in aller Ruhe und Sorgfalt diskutieren. Das ist ein interessanter Antrag, sage ich inhaltlich. Aber wir sind heute dagegen, die Vorfestlegung zu machen. Also, keine Ruhmestat, die Wahlkreisreform heute oder am Donnerstag so zu Ende zu bringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hätten uns ein vernünftiges parlamentarisches Verfahren ohne Hetze gewünscht. Deswegen ist das heute kein guter Tag für den Hessischen Landtag, sondern ein möglicherweise vorläufiger Abschluss. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Rudolph. Als nächster Redner spricht Herr Kollege Dr. Wilken von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir nehmen heute mit einer minimalsten Korrektur im Zuschnitt 2. Wahlkreise in Frankfurt am Main einen erneuten Versuch vor, eine verfassungsgerechte Wahl am 28. Oktober durchführen zu können. Damit setzen wir auf jeden Fall das Staatsgerichtsurteil um. Das ist in Ordnung. Was Sie das Einhalten von Recht und Gesetz in den letzten Tagen und Wochen so sehr loben, finde ich bemerkenswert und manchmal auch ein bisschen peinlich. Aber sei es drum. Wie Sie es so gerne machen, schaffen Sie mit Ihrem Gesetzentwurf gleich noch einmal wieder neue Probleme. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Zurufe von der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN in der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN zu den Wahlkreisen vor, ohne dass Sie das ausreichend begründen. Ich sage Ihnen, das ist zumindest einmal nachbesserungsbedürftig. Dritte Bemerkung zu dem FDP-Antrag. Das müssen wir in der nächsten Legislaturperiode regeln. Wir sind auch der Auffassung, dass wir in der nächsten Legislaturperiode Legislaturperiode beachten müssen. Ich weise aber ausdrücklich darauf hin, dass es bei Weitem nicht alles ist, was wir in der nächsten Legislaturperiode beachten müssen, um zu einem deutlich besseren Wahlgesetz in Hessen zu kommen. Wir werden uns wegen der offenkündigen Mängel im zweiten Teil Ihres Gesetzentwurfs enthalten. Aber ich hoffe, dass wir dann am Ende dieser Woche unsere Wahlkreisaufstellung in Frankfurt am Main erneut machen können. Dass wir dann endlich Janine Wissler als Direktkandidatin wählen können. Danke. Danke, Herr Kollege Wilken. – Als nächster Redner spricht nun Kollege Bellino von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn man die Wortbeiträge der FDP und der SPD insbesondere zu diesem Punkt reflektiert, dann muss man feststellen, dass Ihnen tatsächlich die Luft auszugehen scheint. Sie scheinen tatsächlich keine anderen Themen zu haben, oder aber Sie sind durch Ihre Umfrageergebnisse so verunsichert, dass Sie sich hier so aufhören. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der SPD sowie der Abg. Janine Wissler und der Abg. Janine Wissler und der Abg. Janine Wissler und der Abg. Janine Wissler Herr Kollege, Sie haben das Wort. Es gab einmal neben der CDU noch eine weitere ernstzunehmende Volkspartei, aber davon ist nicht mehr viel zu sehen. Wenn man Sie hier beobachtet, auch dieses Gelächter, wie Sie sich hier aufführen, dann sagen Sie, Sie taugen ja doch nicht einmal für die Opposition. Wie wollen Sie denn irgendwann einmal regieren? So unerhört, wie Sie sich hier aufführen. Herr Kollege Rudolph, und auch Herr Dr. Hahn, ich nehme mir das Recht sehr wohl heraus, kritisch zu hinterfragen, wenn sogenannte Sachverständige etwas von sich geben, wovon ich nicht überzeugt bin. Wenn die Sachverständige sich hierher setzen in den Landtag und kritisieren den Staatsgerichtshof, weil sie immer noch behaupten, das wäre verfassungswidrig, was wir hier diskutieren, wo der Staatsgerichtshof zuvor festgestellt hat, ist verfassungsgemäß. Da erlaube ich mir doch, nachzufragen. Ich lasse mich doch von Ihnen beiden nicht belehren, die Sie noch vor wenigen Jahren hier der Meinung waren, einen Prof. Safferling in den Staatsgerichtshof zu wählen, wo Sie auch einen Rechtsbeistand hatten, der Ihnen das erklärt hat, und wo Sie auf Vollkanne daneben gesessen haben. Sie sind keine Gesprächspartner, wenn es darum geht, wie man Sachverständige mit oder ohne Professortitel hinterfragen kann. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt wirft Herr Kollege Rudolph uns auch noch vor, dem Minister vor, er habe zu schnell gehandelt. Wir haben immer reagiert. Wir waren in der Tat zunächst der Meinung, dass man mit dieser Wahlkreisordnung noch leben kann. Wir waren der Meinung, dass man damit noch leben kann. Aber wir haben offen damals kommuniziert, dass es Abweichungen gibt. Dann gab es Bedenken der FDP. Wir haben diese Bedenken aufgenommen. Wir haben dann einen anderen Vorschlag gemacht. Das wurde auch kritisiert. Dann gab es die Klage des Staatsgerichtshofs. Die SPD hat zu zwei Drittel verloren und hat in einem Punkt recht bekommen. Auch in der Summe haben Sie mit Ihrem tollen Rechtsbeistand verloren. Jetzt reagieren wir sehr schnell darauf, um das Problem zu lösen. Dann macht Frankfurt einen Vorschlag, der hoffentlich tragfähig ist. Dann setzt der Minister das schnell um. Jetzt wird er dafür noch kritisiert, dass er schnell reagiert. Ja, sagen Sie einmal, wo leben Sie denn? Wollen Sie den Wahltermin verschieben oder wollen Sie die Wahl an die Wand fahren? Ich bin der festen Überzeugung, dass es gerade auch der Respekt vor dem Staatsgerichtshof – Sie wollen sich zu Wort melden? Das entscheide ich, aber ich gebe Ihnen gern das Wort, wenn Sie wollen, oder eher dem Nachbarn. Herr Kollege Merz, es würde dem Haus gut zu Gesicht stehen, wenn man das reflektiert, was der Staatsgerichtshof entschieden hat. Herr Kollege Merz, es ist wenig hilfreich, solche Zwischenrufe. Bitte, Herr Kollege Bellino, Sie sind jetzt am Wort. Bitte. Herr Kollege Merz, ich glaube, jetzt haben Sie auch eine Grenze erreicht, wo Sie einmal darüber nachdenken sollten, ob das noch in Ordnung ist, was Sie jetzt sagen. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD Ich möchte, dass dieser Abend noch ruhig zu Ende geht mit einem guten Beschluss. Deshalb setzen wir jetzt die Sitzung fort. Das bitte geordnet. Bitte, Herr Kollege Bellino, Sie haben das Wort. Herr Kollege Bellino, Sie haben das Wort. Sie schauen uns auf, schauen in den Spiegel und haben schlechte Laune. Das kann ich verstehen. Aber daran möchte ich nicht teilhaben. Daran möchte ich nicht teilhaben. Wirklich nicht. Dem Hause würde es gut zu Gesicht stehen, wenn man das reflektiert, was der Staatsgerichtshof entschieden hat, und dass man dann heute oder am Donnerstag tatsächlich zu dieser Entscheidung kommt, damit auch die Kolleginnen und Kollegen, die ehrenamtlich ihren Wahlkampf dort vorbereiten oder den Begleiten, ihre Arbeit machen können. Deshalb an dieser Stelle der Appell, wenn Sie sich auch hier schon so aufhören, aber kommen Sie bei der Abstimmung respektvoll gegenüber dem Staatsgerichtshof zu dem Ergebnis, dass man dem folgt. Ein letztes Wort noch zu der oft hier angesprochenen 15- oder 25-%-Riegel. Ich bitte darüber nachzudenken, zu was das auch führen kann, wenn wir uns in der nächsten Legislaturperiode damit befassen. Das kann dazu führen, dass der sogenannte Ballungsraum, der Schweckgürtel, weitaus überrepräsentiert ist und dass in Nordhessen, vielleicht auch in Teilen von Osthessen, Wahlkreise immer größer werden, was auch dazu führt, dass diese Regionen Hessens noch weniger repräsentiert sein werden in einem Landtag, als das heute der Fall ist. Das müssen wir auch bedenken, wenn wir so vollmundig sagen, wir wollen 15 %. Meine sehr geehrten Damen und Herren, denken Sie bitte darüber nach. Die 25 % oder die 15 % haben wir noch ein paar Tage Zeit. Denken Sie auch darüber nach, wie man mit dem Staatsgerichtshof-Urteil und dem, was in einer sehr kurzfristigen und engagierten Zeit bewältigt werden konnte, umgehen konnte, dass wir jetzt diese Wahlkreisreform entsprechend abschließen können. Danke, Herr Kollege Bellino. – Als nächster Redner spricht nun Kollege Frömmrich von BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, wir sollten mit dem Urteil des Staatsgerichtshofs respektvoll umgehen. Der Staatsgerichtshof hat uns eine Aufgabe erteilt. Er hat gesagt, an einem Punkt ist das, was als Gesetzentwurf vorgelegt worden ist, nicht korrekt und muss nachgebessert werden. Der Staatsgerichtshof hat uns das aufgegeben. Wir haben jetzt die Stadt Frankfurt mit eingebunden und haben die Stadt Frankfurt gebeten, Vorschläge zu machen. Die Vorschläge, die die Stadt Frankfurt gemacht hat, erscheinen sachgerecht. Deswegen legen wir Ihnen jetzt diesen Gesetzentwurf vor. Den haben wir auch in der Anhörung beraten. Von daher können wir jetzt sehen, dass wir dieses Verfahren beenden und den Urteilsspruch des Staatsgerichtshofs umsetzen. Zweiter Satz, was danach kommt. Ich glaube, Herr Kollege Hahn, das, was die FDP als Antrag vorgelegt hat, ist für uns nicht zustimmbar, weil ich mich jetzt auf Prozentzahlen festlege, die wir erst einmal diskutieren müssten. Vom Staatsgerichtshof ist das ja erörtert worden. Ich glaube, Frau Prof. Sackzowski hat da auch etwas zu gesagt. Ich glaube, sie war aber auch die Einzige, die sich in diese Richtung zu erkennen gegeben hat. Die Frage, die sich stellt, und deswegen werbe ich dafür, dass wir diesen Vorgang hier auch erst einmal offen lassen. Wir haben im Gesetzentwurf stehen, dass wir eine Wahlkreiskommission einrichten, die besetzt ist aus Mitgliedern des Hessischen Landtags, der Fraktionen, aber auch aus externem Sachverstand. Dann sollte man sich hinsetzen und genau schauen, wie die Wahlkreise in Zukunft geschnitten werden sollen, wie sie aussehen. Dabei haben wir verschiedene Dinge zu beachten. Der Kollege Bellino hat gerade einen Punkt angesprochen. Wir werden uns damit beschäftigen müssen, wie dieses Bundesland unter Umständen im nächsten Hessischen Landtag vertreten sein wird. Das wird Nordhessen betreffen, das wird Mittelhessen betreffen, das wird den Ballungsraum Rhein-Main betreffen. Da wird unter Umständen viel in Bewegung geraten. Deswegen sollten wir uns jetzt nicht auf Prozentzahlen festlegen. Das Bundesverfassungsgericht hat einmal 25 % ins Fenster gehängt, an dem man sich orientieren soll. Wie gesagt, das ist ein Parameter. Der andere Parameter ist die Repräsentanz des gesamten Landes, auch hier im Hessischen Landtag. Da müssen wir auch für Sorge tragen. Die Wahlkreise in den ländlichen Regionen sind, glaube ich, auch schon relativ groß. Das kann ich Ihnen aus eigener Betrachtung sagen. Die Fahrwege sind schon weit, wenn man da ist. Wir müssen also unterschiedliche Dinge unter einen Hut bringen. Das machen wir in der neuen Wahlperiode. Mit einer großen Wahlkreisreform können wir uns damit beschäftigen. Jetzt bitte ich darum, dass wir die Grundlagen dafür schaffen, dass in Frankfurt die Wahlkreise neu gewählt werden können und die Parteien, die zu ihren Versammlungen einladen können. Ich glaube, das ist jetzt der Auftrag, den wir haben, den uns der Staatsgerichtshof gemacht hat. Das sollten wir so schnell wie möglich umsetzen. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. – Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Beuth. Bitte schön, Herr Minister. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben mit dem Gesetzentwurf zur Änderung des Landeswahlgesetzes die Vorgaben des Staatsgerichtshofs vollumfänglich erfüllt. Wir haben die entsprechende Anpassung in den Wahlkreisen 34 und 37 vorgenommen. Mit der Verlagerung des Ortsteils Schwanheim haben wir den Rechenfehler, den die Stadt Frankfurt gemacht hat, im Wahlgesetz korrigiert. Wir haben im Dezember ein Landeswahlgesetz beschlossen, was in allen Teilen, bis auf einen Rechenfehler, den wir nicht zu verantworten haben, verfassungsgemäß war. Insofern sind wir dankbar dem Hessischen Landtag, dass wir den Neuzuschnitt jetzt hier nach dem Rechenfehler der Frankfurter beseitigen konnten. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, insbesondere bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Hauses, denen der Fraktionen und denen der Stadt Frankfurt, die so zügig dafür gesorgt haben, dass das möglich war. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. – Das hat sich der Kollege Rudolph von der SPD erneut zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich hätte fast noch etwas vergessen. Herr Innenminister, das passt ein bisschen ins Bild. Fehler machen grundsätzlich bei Ihnen immer nur andere. Das ist bei Ihnen ein bisschen das Grundproblem. Sie haben den Gesetzentwurf für die Koalitionsfraktion unstrittigerweise geschrieben. – Na ja, Sie sind Abgeordnete aus Frankfurt. Das Wahlamt untersteht einem CDU-Dezernenten. In Frankfurt mit den Rechenkünsten wissen wir ja, der Briefwahl doppelt untereinander. Wie bitte? Ich bitte nicht von der Ministerbank dazwischenrufen. Bitte. Herr Kollege Rudolph, Sie haben das Wort. Danke, Frau Präsidentin. – Trotzdem hat er die Wahl mit 70 % im zweiten Wahlgang gewonnen, Herr Kollege Feldmann. Insofern können Sie erzählen, was Sie wollen. Der Minister will gar nicht etwas sagen. Ich habe Zeit. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, festgestellt, alles richtig gemacht. Kollege Frömmrich hat eben davon geredet, man müsse eine Korrektur machen. Das ist schlichtweg falsch. Der Staatsgerichtshof hat festgestellt, dass der Gesetzentwurf, wie Sie ihn verabschiedet haben, für den Bereich des Landtagswahlkreises 34 verfassungswidrig ist. Das ist etwas anderes als, dass etwas korrigiert werden muss. Das ist schon ein gravierender Einschnitt und ein rechtlich gravierender Unterschied. Das sollten Sie endlich zur Kenntnis nehmen, auch intellektuell. Statt uns dafür zu loben, dass wir den Mut hatten, zu klagen, werden wir von Herrn Bellino noch beschimpft. Denn wir wollen, dass die Landtagswahl am 28. Oktober rechtssicher durchgeführt wird. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Ich stelle einmal, dass das alle fünf Fraktionen in diesem Hause wollen. Herr Kollege Bellino, das fand ich dann... Günter Rudolph, Sie haben recht. Sie haben das messerscharf erkannt. Hätte ich Ihnen sogar... Wirklich, also messerscharf erkannt. Wir wollen die Wahl gewinnen, wie Sie auch. Ich wäre auch nicht so vermessen wie der Bellino, zu sagen, dass das bei Ihnen im Moment so alles top und optimal läuft. Da wäre ich ein bisschen vorsichtiger, weil möglicherweise haben wir alle etwas davon, wenn CDU und CSU, weil eine bayerische Provinzpartei meint, gerade die Republik zerlegen zu wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da haben wir alle etwas davon. Insofern wollen wir diese Landtagswahl rechtssicher durchführen, und dann entscheidet am Schluss der Souverän. Wir wollen natürlich auch über die hessischen Themen, wie Mobilität, wie fehlender Wohnraum, bezahlbar, wie Infrastruktur mit Staus. Darüber wollen wir doch reden. Sie möglicherweise nicht so, wir schon. So, meine Damen und Herren. Zweitens. Zur Wahlkreisreform in der nächsten Wahlperiode. Herr Kollege Bellini, Sie haben völlig recht, Herr Frömmrich. Wir haben darauf hingewiesen, dass die Abweichungen enorm sind. Das heißt für den ländlichen Raum möglicherweise besondere Herausforderungen. Ja, das heißt übrigens auch dann, wie werden die Abgeordneten ausgestattet. Was heißt das? Wir haben Unterschiede zwischen Land und der Stadt von den Belastungen her. Das muss man alles dann auch mitdiskutieren. Das kann man in Ruhe machen, und das wird man dann sehen. Diese 15 % sind nicht nur aus der Hüfte geschossen. Sie sind in der Rechtsprechung und auch bei versierten Juristen durchaus auch ein Thema. Dass das für uns schwerer wird, Wahlkreise nachher zusammenzufügen, ist eine ganz andere Geschichte. Was dann auch noch schöner wäre, wenn wir belastbare aktuelle Zahlen hätten. Das merken wir gerade im Ballungsraum. Wir haben gravierende Verschiebungen. Das, was in Frankfurt stattfindet, ist nicht in Ordnung. Sechs Wahlkreise in Frankfurt zur Landtagswahl, zwei in Wiesbaden und nur zwei in der Bergstraße. Da stimmen die Proportionen nicht. Deswegen war das Verfahren nicht in Ordnung. Deswegen kann heute aus unserer Sicht diese Minimallösung entschieden werden. Zufriedenstellend ist das Ganze nicht, dass Sie das eingestehen würden. Die Größe haben Sie tatsächlich nicht. Dann lassen Sie es halt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Wir haben jetzt nicht vernommen, dass Sie die dritte Lesung beantragt haben. Hat er auch nicht? Damit können wir heute über diesen Dringlichen Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein zweites Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes sowie über den Dringlichen Antrag der Fraktion der FDP abstimmen lassen. Dann lasse ich zuerst über den Dringlichen Antrag der Fraktion der FDP Drucksache 19 6567 abstimmen. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der FDP und die Fraktion DIE LINKE. der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Das sind CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die FDP. Somit ist dieser Antrag abgelehnt worden. Die SPD, Entschuldigung. Somit ist dieser Antrag abgelehnt worden. Dann lasse ich über den Gesetzentwurf abstimmen. Wer ihm seine Zustimmung geben möchte, den bitte um das Handzeichen. der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich? FDP, SPD, DIE LINKE. Somit ist dieser Gesetzentwurf in zweiter Lesung beschlossen und somit zum Gesetz erhoben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte noch einen Moment Ruhe. Wir haben mittlerweile den Protokollauszug, um den wir gebeten haben. Es geht zum einen um die Aussage von Herrn Schaus, wo er sagt, Sie belügen die Öffentlichkeit schon seit Wochen. Herr Kollege Schaus, das ist eine Rüge. Dann die Aussage von Herrn Günter Rudolph. Quatsch. Herr Rudolph hat angegeben, dass der Abg. Reif in Richtung Abg. Schaus gerufen hat. Er hat sie nicht mehr alle. Wir haben das ebenfalls überprüft. Im Protokoll ist diese Aussage nicht wiederzufinden. Janine Wissler hat aber gerufen. Er hat es doch gerade zugegeben. So, dann frage ich Sie. Das hat er eben noch einmal. Haben Sie eben wieder bestätigt? Herr Kollege Reif, leider auch Ihnen muss ich eine Rüge erteilen. So, dann ist es. Bei beiden leider, wenn Sie so wollen. Eigentlich müsste man es nicht, wenn man sich entsprechend verhält. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz nun im Sitzungsraum 510 W tagt und der Innenausschuss in 501 A. Damit unterbreche ich für heute Abend die Sitzung und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Wir sehen uns morgen wieder. Wir sehen uns morgen wieder.